Den meisten Eltern fällt es schwer, mit ihrem Kind darüber zu sprechen, dass es Krebs hat. Vielleicht geht es euch ja genauso. Ihr fragt euch, wie stelle ich das am besten an? Also, was soll ich sagen? Wie soll ich sagen? Oder ist es überhaupt eine gute Idee, mit meinem Kind darüber zu sprechen? Diesen Fragen möchte ich jetzt mit euch gemeinsam einmal auf den Grund gehen. Und eins vorweg, es ist klar, dass du als Mutter oder als Vater am liebsten alles dafür tun würdest, um dein Kind zu beschützen. Aber wirklich realistisch und machbar ist es natürlich nicht. Wenn ihr also hin und her überlegt, ob ihr eurem Kind wirklich sagen sollt, was los ist, dann lautet die Antwort ganz klar, ja, auf jeden Fall. Am Ende hilft es immer, ehrlich zu sein. Kinder haben ganz feine Antennen dafür, wenn etwas nicht stimmt. Und wenn sie dann keine Erklärung bekommen, denken sie sich einfach selbst irgendwas aus. Und das können dann die wildesten Geschichten sein. Unter Umständen macht das sogar viel mehr Angst, als wenn man die Dinge beim Namen nennt. Deshalb versucht so offen und ehrlich wie möglich mit eurem Kind zu sein. Euer Kind wird sich dann auch viel eher dazu ermutigt fühlen, mit euch über seine Sorgen und Ängste zu sprechen und Fragen zu stellen. Na ja, und das Gleiche gilt natürlich auch für Geschwisterkinder. Je besser sie verstehen, was mit ihrem kranken Bruder oder ihrer Krankenschwester los ist, desto besser können sie auch ihre eigene Situation verstehen und mit ihren eigenen Sorgen und Ängsten umgehen. Ok, also soweit so gut. Aber wie stellt man das Ganze denn am besten an? Also wie genau könnt ihr mit eurem Kind über seine Krebserkrankung reden? Nun, also da gibt es natürlich kein festes Drehbuch, dass man einfach so auswendig lernen kann und dann einfach so runterrattert. Jedes Kind und jede Familie ist anders. Ein Gespräch kann daher ganz unterschiedlich ausfallen. Aber was man grundsätzlich sagen kann, das Alter des Kindes spielt natürlich eine wichtige Rolle. Das heißt, ihr solltet eure Erklärung an den Entwicklungsstand eures Kindes anpassen. Was das bedeutet oder bedeuten kann, gehen wir jetzt einmal hier zusammen durch. Also wenn euer Kind so zwei, drei Jahre alt ist, dann kann es noch nicht wirklich verstehen, was Krankheit oder Krebs ist. In diesem Alter geht es noch um ganz praktische Dinge wie fühlen, sehen oder leben. Ihr könnt dann aber viel begleiten, indem ihr benennt oder beschreibt, was gerade passiert, ohne dabei zu viele Details zu erklären. Ihr könnt dafür Bilderbücher zur Hand nehmen oder das Ganze spielerisch verpacken, zum Beispiel durch Rollenspiele. Da wird dann die Puppe zum Patienten und braucht vielleicht einen Zugang oder einen Verbandswechsel. Und das macht ihr dann gemeinsam. Also du und dein Kind. Und natürlich wird die Puppe danach in den Arm genommen und getröstet. Wenn euer Kind schon etwas älter ist, also Kindergarten oder Vorschulalter, dann kann es schon einige Abläufe und Zusammenhänge verstehen. Und es wird wahrscheinlich auch nach dem Warum fragen. Manchmal entwickeln Kinder in diesem Alter auch Schuldgefühle. Zum Beispiel, weil sie glauben, sie seien jetzt krank, weil sie gestern mit ihrer Schwester oder ihrem Bruder gestritten haben. Deshalb ist es wichtig, dass ihr eurem Kind ganz klar vermittelt, dass niemand etwas für die Krankheit kann. Und natürlich auch, dass Krebs nicht ansteckend ist. Am besten versucht ihr, anschauliche Bilder oder Vergleiche zu finden, damit sich euer Kind die Krankheit und die Therapie besser vorstellen kann. Sowas wie, Krebszellen sind kleine Störenfriede, die im Körper Unfug treiben und von den starken Chemorittern wieder eingefangen werden müssen. Sowas. Auch hier gibt es tolle Kinderbücher, die euch beim Erklären helfen können. Zum Beispiel von der Kinderkrebsstiftung. Und wenn euer Kind schon so groß ist, dass es bereits in die Schule geht, dann könnt ihr neben fantasievollen Geschichten auch schon Bilder oder Modelle vom Körper mit einbeziehen. In der Regel können Kinder ab etwa fünf, sechs Jahren schon ganz gut verstehen, wie der Körper in etwa funktioniert. Ihr findet dazu auch hier auf der Seite verschiedene Videos speziell für Kinder im Grundschulalter, in denen einige Grundlagen erklärt werden. Und stellt euch darauf ein, euer Kind wird seine Fragen zu seiner Zeit stellen. Das kann überall sein und gern auch mal dann, wenn du gerade überhaupt nicht damit rechnest. Zum Beispiel, wenn ihr gerade im Auto sitzt oder an der Supermarktkasse steht. Wenn ihr dann mit eurem Kind über seine Krebserkrankung sprecht, kann es natürlich auch passieren, dass es möglicherweise fragt, ob es jetzt sterben muss. So schwer es auch ist, mit dieser Frage umzugehen, es ist wichtig, auch hier ehrlich zu bleiben. Dann spürt euer Kind, dass es euch glauben kann und vertrauen. Mit dieser Frage, wie können wir mit unserem Kind reden, könnt ihr euch natürlich auch an das psychosoziale Team wenden. Die haben viele Ideen und können mit euch zusammen herausfinden, welche Sprache oder welches Buch oder Erklärungsmodell am besten zu euch passt. Ansonsten denkt daran, dass ihr eurem Kind nicht sofort alles erzählen müsst. Achtet erst mal darauf, was es versteht und was es überhaupt wissen möchte. Und wenn ihr darauf keine Antwort wisst, dann sagt das eurem Kind. Das macht euch authentisch. Super ist, wenn ihr euer Kind ermutigt, seine Fragen selbst an den Arzt oder die Ärztin zu stellen. Wenn ein Kind selbst mit dem Behandelnden über seine Erkrankungen im Gespräch ist, kann das richtig stark machen. Traut eurem Kind in dieser Hinsicht ruhig etwas zu. Das Wichtigste ist einfach, dass euer Kind spürt, du bist immer da an seiner Seite. Und egal was kommt, ihr geht es an. Und zwar gemeinsam.